willkommen leute zu diesem kurzen kanal update ja diese zwei stessigen wochen habe ich jetzt darum das bedeutet dass ab jetzt wieder mehr uploads kommen werden und auch ich möchte das auch fortführen dass ich nahezu jedes wochenende auch ab jetzt streamen möchte soweit es zeitlich auch hinhaut so auch heute da wollte ich mario kart 8 auf der video spielen wenn ihr lust habt könnt ihr gerne dann auch mitspielen wir spielen dann auch im turnier und ja dass das war es eigentlich so ziemlich für dieses kurze update uploads jetzt wieder zurück sondern mal also sprich da ist auch mehr als ein video am tag und ja es war es eigentlich danke fürs zuschauen und später geht es dann los mit dem nächsten video tschüss bis dann